Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe heute Morgen ein bisschen der Annalena zugehört, der neuen Kanzlerkandidatin der Grünen Partei Deutschlands. Tja, ich habe ein kleines Problem. Frau Baerbock gehört zu den Young Global Leaders, die gezüchtet werden von einer, naja, sagen wir mal von einem Club der einflussreichen, mächtigen, reichen Politiker und Firmen, dem World Economic Forum, dem der Klaus Schwab vorsteht. Der Klaus Schwab ist sowohl der Chef vom World Economic Forum als auch von den Young Global Leaders. Und was bringt man diesen Young Global Leaders bei? Nun ja, wie man Politik macht, was immer auch dazugehört. Alle Mittel der Politik, die man sich nur so vorstellen kann, nehme ich mal an, weil man möchte sich ja durchsetzen. Und er weiß, wie das geht. Er ist alt genug. Und er hat die besten Berater und das meiste Geld an seiner Seite. Somit werden diese Interessen natürlich auch auf direktem Wege umgesetzt. Über die eigenen, neuen, herangezüchteten Führungskräfte, zu denen eben auch Annalena gehört. Ja. Und diese Frau, die wird ganz sicherlich bis zu den Wahlen alles dafür tun, um noch ein paar Prozente zuzulegen, um alle anderen vom Sockel zu stoßen. Und man wird ihr dabei helfen. Genau diese Kräfte, die ihr zur Seite stehen, diese Gruppierungen, die im Hintergrund die Ziele vorgeben, die die neue, schöne Welt ausmachen sollen, was immer das auch ist. Deswegen bitte, bitte, bitte schaut jetzt alle diesen Menschen genau auf die Finger, auf die Worte, die aus ihrem Mund quellen, auf das, was sie verlautbaren, was sie machen wollen und übersetzt es bitte ins Deutsche. Erzählt den Leuten, was da vor sich geht. Abonniert den Kanal des World Economic Forums auf YouTube. Folgt ihren Sitzungen und macht euch selbst eine Meinung darüber, ob das gut oder schlecht ist. Jedenfalls kann ich aus dem, was ich aktuell sehe, schließen, dass diese Ziele des World Economic Forums mit Priorität umgesetzt werden. Vorzugsweise mit den eigenen Nachwuchskräften. Und zu denen gehört auch Annalena Baerbock von den Grünen in Deutschland. Jawohl. Ich sage ausdrücklich nochmal hier hinterher, es handelt sich nicht um Verschwörungstheorien. Dieses Thema, was ich hier angeschnitten hatte, hatte auch nichts, zumindest in diesem Beitrag, mit Corona zu tun. Ja. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum dieser Beitrag hier entfernt werden sollte. Und ich wüsste auch nicht, was ich jetzt Falsches gesagt haben könnte. Zur politischen Debatte gehört, dass sich die Beteiligten alle kennen, dass sie ihre Ziele sich gegenseitig nennen und dass sie auch ihre finanziellen Quellen offenlegen, von denen sie gepampert werden. Ja. Also, liebe Grüne, an euch ganz speziell die Bitte, sagt doch mal, welche Überschneidungen es in eurer Politik gibt mit den Zielen von Herrn Klaus Schwab. Mit den Zielen des World Economic Forums. Welche Schnittmenge habt ihr, liebe Grüne, mit diesem Verein, mit dem World Economic Forum. Das möchte ich gerne wissen. Ich soll im Herbst wählen, glaube ich, ne? Tja. Und dazu ist es ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Und an alle anderen, die jetzt meinen kleinen Vortrag hier gelauscht haben, recherchiert, stellt Fragen, bohrt nach, bis ihr die Antworten habt. Und macht euch selbst eine Meinung. Selbstdenken ist das Gebot der Stunde. Ja. Tja. Vielen Dank für alle, an alle, die mir bis hierhin gefolgt sind. Schönen Tag noch. Tja. Vielen Dank. Tja. 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 Tja.